Jo meine Leute herzlich willkommen zur Formel 1 Saison 2023 aus Welcome to Miami aus Miami, den USA mit dem Qualifying losgeht. Heute um 22 Jahre live auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Von der Pole startet Max Verstappen, Herzling, Glück und Stein auf 2 startet George Russell und von 3 und 4 startet Fernando Alonso und Sergio Perez. So, das war's vom Colebheim aus Miami, USA, der Formel 1 Saison 2023. So, wenn euch das Video gefallen hat, das kommt um hier nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimmst das Glöckchen, das nicht vergessen sagt, wenn ihr dann verpasst. Keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Good Ways. Ciao. Bis dann.